Arme Yvonne Woelke. Über der angeblichen Affäre von Peter Klein bricht alles zusammen. Es wird einfach nicht ruhig im australischen Versace Hotel. Iris Klein behauptete vor wenigen Tagen, dass ihr Mann Peter sie mit Begleitperson Yvonne Woelke betrügen würde. Zwar beteuern beide, dass an den Gerüchten nichts dran ist, das Drama nimmt trotzdem seinen Lauf. Auch Yvonne hat mit den Schlagzeilen zu kämpfen. Es belastet nicht nur ihre eigene Ehe, sondern könnte auch bittere Konsequenzen für ihre Karriere haben. Die 41-Jährige arbeitet nämlich als Schauspielerin. Ich weiß gar nicht, was passiert und was mit meinen Jobs und Verträgen ist. Die finden es auch nicht so toll, wenn man da so rein gerät. Die wissen auch nicht, was sie davon glauben sollen. Ich würde es schade finden, wenn ich jetzt einen Job verlieren würde, klagt sie im Interview mit RTL zu bedenken. Aktuell will Yvonne sich damit aber noch nicht beschäftigen. Trotzdem hofft sie immer noch, dass das gut ausgeht.